Hallo und herzlichst Willkommen zurück! Eine Runde vorne bei der Royale. Äh, ja. Später. Einmal mit zwei. Schlecht angeflogen. Das und das für das und das. Und den nehme ich mit. Erstmal noch. Da ist eine Truhe drin. Haben wir ein bisschen Glück. Oh, sogar eine ordentliche Schottie. Hm. Herrlich. Kann man... Äh, nee, du dahin, du dahin, du dahin, du darüber. So. Gehen wir erstmal nach hinten weg. Anscheinend snipert hier jeder. Holen uns erstmal ein bisschen Material. Und lassen den Schlürf ein bisschen laufen. Ja. 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 Gut. Ja, Material ist am Anfang halt. A und O, ne? So. Hier sind jetzt die Minis drin, ne? Ja. Nee. Okay. Ja, danach nehmen wir mit. Jo, jo, jo. Hier noch kurz sortieren. Da ist Chaos. Da ist Chaos. So. Dann würde ich sagen, ist los. Und wir holen erstmal den Snip. Der da so fleißig ist. Ja. Vermutlich auf dem Dach. Wo bist du? Da. Ja. Bitte was? Nein, ich kann nicht sehen. Mist. Headshot. Ja. Ja. Das ist natürlich unlucky. Aber. Er hatte echt gar nichts. Er hatte nur die Sniper. Warum? Die Hütte muss doch voll sein. Egal. Hier vorne wurde gefeiert. Nichts. Uh. Was ist denn das? Ein Bait. C4 auf ein C4. Aha. Sicher, sicher. So, gehen wir weiter. Wo sind die Gegners? Okay. Hier hat einer geholzt. Hier nicht. Wo ist er lang? Hier ist er drin. Hier ist er drin. Hallo? Nein. Unterm Dach? Man hört das, ne? Dass er auf der selben Etage ist wie wir. Ich würde sagen, er ist da in der Dachsparer, oder? Aha. Kann auch so. Jetpack. Und solange wir keine Explosive haben, können wir es mitnehmen. Aber hatten wir hier nicht. Jo. Hatten wir. Oh, keiner drin. Oh, keiner drin. Okay. Da hinten ist Granatenhagel. Dann dünnen wir uns erstmal was. Einer hat gewonnen. Wollen wir mal gucken. Wo hier ein Haus ist. Da wird gerade was zusammengezimmert. Hello again. Gesteckt. 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 Mach's gut. Hehehehehe. Doppelt gesteckt. Hält besser. Die noch austauschen. Ja. Schön. Ich mag Pömpelgranaten. Joa, das müsste es dann hier gewesen sein. Na, die haben sich gerade den Drop geholt wahrscheinlich, der hier runtergekommen ist. Also, der war nicht weit weg, der Drop. Verhandeln. Ne? Hm. Mir war zu. So, was ist denn hier so passiert? Nein, der ist in der Mitte auf der Insel gewesen. Dann hat er sich links rüber gebaut. Auf die kleine Insel. Und noch jemand kam. Tja, er war unmutlich vom Hotel aus und hat sich hier hoch gebaut. Hm. Hm. Wir können noch mal kurz hier drauf gucken. Da habe ich gerade gesehen, dass es eine Farmers ist. Hm. Minigun. Na, so überlege ich da. Ja, wenn ich die Farmers hätte, hätte ich auf jeden Fall mitgenommen. Ist gar natürlich auch. Ist egal. Vom Bett her so aus, halt für in so aus. Hallo? Ich bin noch ein Weg. Mein Traum. Oh, ich schneller, wo bist du? Komm schon. Wo willst du hin? Bist du da drin? Ne, 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 komm doch mal bitte raus. Wieso nicht? Der Fight war so clean. Sehr, sehr schön. So, Champion von der Farm. Ja, da geht's. Tja, dann können wir uns noch gucken, ob der vom Haus-Villa noch irgendwo hier in der Nähe rumtobt. Da haben wir ein Kästchen. Nehmen wir mal das Bäuchchen mit. Und bleiben hier oben, würde ich sagen, ne? So. Mhm. Bitte was? Oh. Da wurde der Gewinner mal eben weggesnippert. Von wo denn? Ich glaube, die haben echt, der eine hinter der Wand hat er gewonnen. Und von da. Oh, Lack hatte kein, kein Dingens. Kein Schild mehr. Finde ich legit. Absnacker. Den Hinterhalter hintergehaltet oder so, ne? Ihr wisst doch, wie das lief. So, aus der Richtung könnte ich dann noch bisschen Infarkt werden. Warte. So, Deckel drauf. Und weiter geht's. Dann gucken wir noch nach. Ich denke nicht, dass hier unten noch vier sein wird. Ich frage mich nur, gegen wen hat er hier gekämpft? Ich sehe nichts. Oh, voller Trank. Nehmen wir mit. So. Eine Minute noch. Alles safe. Nehmen wir die Minis wieder mit. Was hast du denn da? Oh, eine Heavy Pump. Nö, brauchen wir nicht. Ich bin zufrieden mit der blauen. Aber eine blaue Hand. Was? 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 Okay. Ich akzeptiere das. So. Ja, unser Weg führt uns tatsächlich zum Loot Lake. Gehen wir über die Sachen, die hier schon vorbereitet sind. Und auf nach oben. So. Hier können wir uns... Was ist das da? Achso. Hier lassen wir uns kurz nieder. Den Forsches. Was? Hallo? Hallo? Noch einer von hinten über meine Bridge. Möchte mich gerne pushen. Sieht nicht danach aus. Hm. Noch drei. Hm. Einer ist da oben. Fast ungünstig. Vermutlich wird der Berg auch lange drin bleiben. Hm. Ach, komm schon. Zeig mir das nochmal. Zeig mir nochmal das Köpfchen. Komm. Nein, keine Zeit. Komm schon. Du willst nur unten mitmachen. Du willst hier unten beschießen. Komm schon. Okay. Schön die Ruhe weg. Ganz entspannt. Er hat halt die beste Posi. Linie, er ist eigentlich Main-Target. Na, shit. Er fürchtet sich. Knappes, aber geht besser. Achso, mal. Und gerade die Brücke wegschießen. Noch 30 Sekunden. Wollen wir langsam los, wa? Na, 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 na. Was soll denn das werden? Ha? Den Scheiß lass mal. Okay, einer ist down. Wir sind nur noch zu dritt. Einer ist down, der andere ist... Warum bist du denn schon hier? Nein, du musst nicht spielen. Muss ich mal ganz kurz korrigieren. So, safe, safe. Wie machen wir das denn am schönsten? Äh, nee, warte, safe. Graubi-Ton-Äh, 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 Graubi-Tons-Platte. So, mit dem Scheiß kommst du hier nicht weiter. Was? Ach, komm schon. Jetzt reicht's. Der sagt da rum, ne? Der wartet auch noch auf seine Chance. Wir beide unterhalten uns jetzt mal. Da freu' ich mich um den hier vorne kümmer. Einen im Berg connecten, damit's nicht zusammenbricht. So, schönen guten Tag, der Herr. Wo bist denn du? Ach, na, super, er ist nicht mehr da. Da unten rechts ist er. Oh, ein Köpfchen, guck mal. Oh, ja. Tu Sack. So, was ist denn das noch für ein Turm, sag mal. Was ist denn? Nicht mehr da drin, weil ich keine Schüsse höre. Ne, er hat die Gravitationsplatte hinten genutzt, das ist abgehauen. Muss mal kurz nach hinten gucken. Bin dann zu meiner? Meine Ramp gerade? Kann das sein? Uh, alter, ist ja wehgetan. Okay, nein, er nimmt nicht meine. Ich dachte, er pusht jetzt auch von hinten hoch. Hätte ich gemacht. Och, das ist jetzt die Steiner und Sjöng. Das ist auch falsch. Aha. Hatten wir getan, wa? So, mein Freund. Jetzt bin ich dran. Wo stehst du denn? Oh, das ist ja. Hier, ich habe noch mal die Heilungsnummer. Oh, wie weit komme ich denn hin? Sehr schön. Funktioniert. Da auch noch einer hin. Hat wehgetan, hä? Eigentlich gar keine Ahnung, ob der Typ jetzt einfach mal so einen hinschießt. Da nochmal. Auch weg. Vielleicht kommt da noch einen. Glück ab. Guter Move. Keine Ahnung, gegen welche Kante er nah geschossen haben will. Und? Oh, voll reingeraten. Yes. Ja, meine Lieben. Hier noch ein Dance. Berg erobert und verteidigt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, lasst gerne ein Däumchen da. Würde mich freuen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.